Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Ihr seid hier bei der Besprechung vom iranischen Film ein kleines Stück vom Kuchen, der ab dem 11. Juli in den deutschen Kinos anlaufen wird. Wer jetzt denkt, das hier sei irgendeine Arthaus-Kunstkacke aus dem Iran, der sei gewarnt, dass dieser Film das Potenzial hat, euer Herz zu erweichen. Was das genau bedeutet, das werde ich hier heute nicht alleine, sondern mit Zero besprechen. Erstmal hallo an dich, Zero. Hallo. Hallo, danke schön. Du bist heute hier nämlich da als erstes, um uns zu sagen, um was es in diesem Film überhaupt geht. Hau doch mal raus. Okay, lieben Kerl. Also wir haben die 70-jährige Mahin, ich sag schon mal gleich, wenn der Name falsch ausgesprochen ist, kann passieren. Die lebt jetzt alleine, seitdem ihr Mann verstorben ist und auch ihre Familie, sprich die Kinder, sind jetzt nach Europa gezogen und haben auch nur noch relativ wenig Kontakt, sprich nur noch über Telefon oder Tablet. Und sie hat irgendwann so eine Tea-Time mit ihren Girls, also mit ihren Freundinnen, die aber auch nur noch unregelmäßig da sind, weil die auch schon alle ein paar Gebrechen haben und das dann immer doch ein bisschen schwieriger ist. Und da kommen natürlich auch gerade die Gebrechen meistens zum Thema, was für sie jetzt auch nicht so cool ist, aber auch eine Freundin bringt sie dann auf den Trichter, die Liebe muss im Alter ja nicht vorbei sein. Und das nimmt sie sich ganz stark zu Herzen und geht sozusagen in Klammern dann danach auch auf die Jagd am Mann. Und da haben wir dann einige interessante Begegnungen und halt eine ganz große, nämlich dann mit einem Taxfahrer namens Faramas. Und das ist dann so der Hauptplot. Und darum geht es großartig in dem Film, um alte, neue Liebe. Oh, dankeschön. Ja, genau. Alte, neue Liebe ist ein schönes Thema. Wir haben ja auch, du hast ja schon gesagt, sie ist so ungefähr 70, also sie steht eher im Herbst des Lebens, wenn man das so sagen möchte. und sie ist schon, also ich war verwundert im Film, wir kriegen ja direkt mit, dass sie, also sie lebt offensichtlich alleine, wie sie ihren Tag so verbringt, aber es wird nie so direkt gesagt, wie lange sie schon alleine ist. Und als das dann mal gesagt wird, war ich richtig überrascht. Also sie ist ja jetzt nicht, dass ihr Mann gerade erst gestorben ist, sondern der ist ja schon seit Jahrzehnten tot. Sie ist ja schon seit Jahrzehnten alleine und er zieht ihre, hat ihre Kinder auch alleine erzogen. Also das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, dass sie wirklich schon so ewig lang alleine ist. Ja, ich dachte auch, vielleicht ist der Mann jetzt so fünf, sechs Jahre gerade weg, so Kinder waren dann auch schon raus, aber wie du sagst, der ist schon lange weg und die hat ihr Ding, sie hat das Haus ja auch alleine gekauft, in dem sie wohnt und die zieht ihr Ding schon länger durch. Ja, sie zieht ihr Ding durch, das passt genau. Also wir sehen hier auf jeden Fall, wir sehen hier ihren Alltag, wie sie kocht, wie sie einkaufen geht, wie sie Taxi fährt, wie sie durch den Park läuft und dass sie eben ihren Alltag, wie du sagst, ihr Ding schon gut durchzieht. Also sie ist eine Powerfrau, hatte ich den Eindruck. Und auch, wir sehen ja einmal, wie sie im Park auf eine junge Dame trifft. Weißt du noch, was da passiert? Sicher. Die junge Dame trägt ihren, ich glaube Hijab, nennt man das, also ihr Kopftuch, trägt sie halt nur so halb und das ist in Iran durch die Sittenpolizei, die da rumläuft, nicht gern gesehen. und die soll gerade auch mit einer anderen Freundin, die aber schon im Polizeiauto ist, mitgenommen werden. Und da geht halt dann Marien dazwischen und ist auch kurz davor, dass sie auch mitgenommen wird und sie greift den Polizisten jetzt nicht direkt an, aber sie schreit ihn dann schon an und sagt, was würden sie das mit ihrer Mutter auch so machen? Und es kommt dann so weit, dass es dann doch schafft, dass das eine junge Mädel wenigstens dann auch da bleibt. Aber da fand ich in dieser Szene, in dieser Szene sieht man auf jeden Fall, dass sie eine taffe Frau ist, also und eben, man sieht auch gegenübergestellt, wie es gerade im Iran, was da so gerade passiert. Ja, der Film hat das ja ganz oft drin, also es ist immer nuanciert, kommt immer so ein bisschen Politik mit rein und Politik und Religion ist halt in Teheran dasselbe und das sieht man immer schön mit angespielt, dass das auch gut kritisch ist und nicht nur halt die, sag ich mal, komödiantische Rom-Com-Story, die der Film eigentlich umgibt, eigentlich dann nicht das große Ganze nur ist, sondern ich fand gerade das Interessante, diese Einschübe mit der Kritik an der Politik und der Religion, das fand ich schon richtig gut gemacht. Genau, die ja zum Beispiel durch diese kleine Geschichte im Park passieren oder dass sie später, als dann dieser Rom-Com-Aspekt, wie du es genannt hast, so ein bisschen vertieft wird. Also sie wird ja dann Fahrermas, diesen Taxifahrer, ein bisschen näher kennenlernen. Sie nimmt ihn mit zu sich nach Hause und da werden ja immer so kleine Sätze fallen, wo es dann klar wird, okay, wie streng ist es hier, dass die Nachbarin klopft und sagt, äh, habe ich hier eine Männerstimme gehört? Das ist aber nicht erlaubt. Dass die Musik nicht laut genug sein darf mit dieser Sittenpolizei, dass die Witze drüber machen, dass sie dann zwangsverheiratet werden, dass sie heimlich Wein trinken müssen und dass auch Fahrermas so Geschichten erzählt, dass er, weil er Musik auf einer Hochzeit gemacht hat, einen Monat im Gefängnis war oder so. Das ist kein großes Thema des Films, aber wird immer, wie du sagst, eben so am Rand so ein bisschen eingestreut. Was ich übrigens auch noch gelesen habe, die zwei, die diesen Film gemacht haben, das ist anscheinend ein Ehepaar, ich versuche jetzt mal, die Namen auszusprechen, auch hier, wie bei dir vorhin, Maja Mogadam und Metash Sanaheha. Die, ähm, da wurde tatsächlich, was ich las, dass Vertreter des iranischen Regimes versucht hatten, während des Schnitts das Filmmaterial zu beschlagnahmen. Zum Glück waren große Teile davon schon im Ausland, also waren schon gerettet. Und weil die nämlich ein Problem darin sahen, dass eine verwitwete Frau im Mittelpunkt des Films steht und dass die eben auch Bedürfnisse hat, der sie nachgeht. Und das wurde hier eben kritisiert und wollte von dem Film, äh, von dem Film, von dem Regime unterbunden werden, dass so ein Film dann über den Iran ausgestrahlt wird. Also da kriegt man es direkt, nicht nur indirekt im Film, sondern auch so noch mit, dass es da nicht so leicht ist zu leben, sage ich jetzt mal euphemistisch. Krass, also ich habe nur gehört, die durften halt nicht ausreisen zur Berlinale. Das hat... Ja, weil ihnen die Pässe weggenommen wurden. Ja, das ist alles schon ganz krass. Und was ich dann auch noch gesehen hatte, war, es gibt die Szenen, wo sie im Haus sind. Und im Haus tragen auch iranische Frauen jetzt kein Kopftuch. Das ist ja, ne, im privaten Bereich. Aber es gibt... Im Film tragen die normalerweise dann trotzdem ein Kopftuch, weil das wird ja nach außen hin ausgestrahlt. Und weil die... Stimmt, ja. Meistens sind ja auch iranische Schauspieler, wenn die so ja trotzdem halt, ne, sich bedecken. Und, äh, da hat, äh, ja, die Politik da wohl auch ein Problem mit, wenn das in Filmen vorkommt, weil das auch nicht so häufig der Fall ist. Das sind halt so Sachen, die können wir uns als, ja, Mitteleuropäer gar nicht vorstellen. Ich glaube, da sind noch viel mehr Sachen drin versteckt, die man gar nicht so mitkriegt. Vielleicht nur, wenn man selber auf Iraner ist oder richtig hart in dem Thema. Ja, wahrscheinlich. Klar, von außen ist immer, wir können uns da kein Urteil erlauben. Ich finde das auch alles, wenn ich jetzt, jetzt erstmal sage, wir können uns kein Urteil erlauben und dann aber direkt im Anschluss ein Urteil fälle. Also meine Ansicht ist ja, ich verstehe den Ansatz dahinter, auch aus Frauensicht, dass man sich sicherer fühlt. Aber mir gefällt das nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand dazu gezwungen wird. Hier meine zwei Cents dazu in ganz, ganz heruntergebrochen. Äh, ja. Also wir haben jetzt schon das Politische angesprochen und aber auch, dass es eben um diese Einsamkeit im Alter und eben auch, wie du sagtest, um eine Rom-Com geht. Wie fandst du denn diesen Rom-Com-Aspekt des Films? Ja, also das andere, wie gesagt, fand ich schon als Beiwerk ganz schön und hat mich immer auch ein bisschen mehr interessiert, weil das ein bisschen tiefer geht. Aber die Rom-Com-Sache, die trägt den ganzen Film halt. Also gerade ab dem Moment, als sie dann den Taxifahrer kennenlernt, wo ich dazu sagen muss, das Kennenlernen ist jetzt ein bisschen zu viel geworden. Also bei den anderen Filmen würde man sagen, sie ist ein Stalker, weil sie wartet wirklich vor seiner Arbeit sehr, sehr lange. Also wirklich länger, als man normalerweise auf eine Person wartet. Und das war schon ein bisschen, ein bisschen cringy. Aber cringe ist, glaube ich, bei dem Film gar nicht so weit weg, weil wenn die beiden zusammen auch dann bei ihr miteinander reden, sind die immer sehr unbeholfen. Und das kommt wirklich sehr cringe rüber, als ob die gerade so 15, 14 das erste Date haben. Und das ist schon süß und lustig und wird aber auch nie so hart überspitzt, dass man dann denkt, boah Gott, ist das platt. Also ich fand das wirklich richtig schön. Also das konnte man sich angucken mit so leichtem Cringe-Gefühl, aber trotzdem war es, was immer noch, ja süß ist, mag ich eigentlich nicht so als Adjektiv, aber das war schon süß. Ja, das passt ja auch zum Kuchen. Also ich würde cringe, ich weiß, was du damit meinst, dass es eben so ein bisschen unbeholfen, vielleicht auch peinlich, meint man ja damit, das Gefühl kam bei mir aber nicht auf. Also es war mir nicht peinlich, das zu sehen oder unangenehm, sondern genau eher das andere, was du auch meintest. Es war total süß, die beiden da in ihrer Unbeholfenheit und der andere ist ja noch länger Single und dass da so zwei Menschen aufeinandertreffen im Herbst ihres Lebens und so sich öffnen und aufblühen und du merkst denen richtig an, dass die merken, okay, hier passiert ja was total Schönes gerade. Also hier habe ich endlich was, was gegen diese Einsamkeit hilft, von der ich vielleicht längst dachte, dass ich mich damit abgefunden habe. Also das habe ich den beiden total abgenommen. Ich fand, die haben das richtig authentisch gespielt, als würde ich da so zugucken, wie sich zwei Menschen treffen, die richtig glücklich sind, einfach nur, dass sie sich gefunden haben, obwohl der Film ja nur über ein paar Stunden lang spielt. Definitiv schauspielerisch, also kann man keinem da was vorwerfen. Also die machen das herausragend, beide. Also das, okay, daneben sitzen wir ein bisschen, das wäre ein bisschen strange, wenn da jetzt noch ein Dritter ist. Ja, das stimmt. Und wir sitzen so da, okay, was passiert jetzt? Was macht sie jetzt? Nee, also auf jeden Fall, das nimmt man die ganze Zeit komplett ab. Das ist halt wirklich, also das ist schön. Ein schöner Film. Das ist mein Vater. Das ist ein schöner Film. Das ist schön, das ist süß. Es war ja auch, was auch schön war, mal ganz abseits des Films, wir haben den Film ja zusammen im Kino gesehen und wir hatten ja vorher ausgemacht, dass jeder von uns ein Stück Kuchen mitbringt für den anderen, weil das so passt. Und du hattest ja netterweise nicht nur für mich ein Stück Kuchen, sondern für die ganze Kinocrew, weil wir sind da ja öfter in diesem Kino und das hat mich auch sehr gefreut. Das hat gut zum herzerwärmenden Thema des Films gepasst. Da war man gleich menschlich aufgewärmt. Das fand ich sehr nett von dir. Nee, nicht wirklich. Aber der Kuchen war noch sehr lange da. Also zwei Stück. Ich habe auch noch ein zweites gegessen. Aber ich war noch im Film länger da. Und das letzte Stück hätte ich am liebsten sogar noch nach dem letzten Film gegessen. Das war dann aber komischerweise dann weg. Wer weiß, wer das sich geschnappt hat. Aha, ja. Aber zurück zum Film. Wie fandst du denn die Inszenierung des Films? Also die handwerkliche Darstellung der Geschichte, die wir schon jetzt ein bisschen ausgebreitet haben? Normalerweise fand ich das sehr, sehr professionell und sehr gut gedreht. Also man hat jetzt keine großartigen Spielereien, wo man jetzt sagt, das ist jetzt was richtig Innovatives mit der Kamera oder so. Aber ich fand das alles genau punktuell eingefangen. Hin und wieder hat man so einen Blick von etwas außerhalb. Wir sind beim Ende hier noch ein paar Mal in ihrem Garten. Da hat man so einen Blick von weiter weg. Aber ansonsten sind wir immer relativ doch nah dran an ihr oder auch an ihm. Ich fand das also passend zum Film hat die Kamera da auch gute Arbeit geleistet. Ja, das stimmt. Und ich fand auch diese Nähe natürlich, dass du eigentlich bei ihnen dann drin bist. Man merkt ja auch, die müssen sich ja auch ein bisschen verstecken. Aber nur ein bisschen, weil zum Glück gehört ihr das Haus und der Garten, in dem sie sich dann auch befinden können. Aber wenn sie dann drin sind, dass sie so diese Zweisamkeit auch genießen, dass sie endlich mal wieder jemanden haben. Das hat man auch in der Inszenierung dann gemerkt. Es gibt ja noch ein großes Thema, was diesen Film betrifft. Und zwar das Ende. Der Film hat ein, ich sag jetzt mal, besonderes Ende, weil ich hier jetzt nicht irgendwie spoilern möchte. Wie hat dir denn das Ende gefallen? Ja, also ich, ja, ich denke gerade nach, wie Spoiler-Frei. Spoiler-Frei. Mir hat das Ende sehr gut gefallen. Ohne zu spoilern kann man sagen, es ist dann doch schwarz-humoriger, als zwischendrin der Film gedacht ist. Ich hätte mir da sogar noch ein bisschen, ein bisschen mehr abgedreht, vielleicht sogar doch noch gewünscht. Oder halt ein bisschen früher Schluss, weil er geht noch ein paar Minuten länger, wo ich dachte, wenn er jetzt früher Schluss macht, ist cool. Oder er geht weiter und wird noch ein bisschen verrückter. Aber im Ganzen kann man dem Film das nicht vorwerfen. Und das ist auch ein, man kann das Ende halt wirklich, ich habe es wirklich als lustig empfunden. Andere, mit denen ich auch noch geredet habe, sagen, ja, wie traurig. Ja, man kann es halt sehen, wie man möchte. Ich sehe den ganzen Film halt eher dann doch schon als Komödie, wie gesagt. Und das hat dadurch einfach, es hat das runder gemacht für mich sogar noch. Ja, ich glaube, ich habe es als Geschichtenerzählersicht, aus Geschichtenerzählersicht war es für mich auch rund. Aber ich würde es auch nicht als Komödie sehen. Ich kann jetzt auch nicht genauer drüber sprechen, weil ich finde, das verrät auch alles. Aber ich fand den Film, der hat mich wirklich wahnsinnig gerührt. Was ich ja im Intro sagte, mein Herz war auf jeden Fall total erweicht. Ich war so bei denen dabei. Ich habe so mit denen mitgefühlt, dass die eben jetzt dieses krasse Glück spüren, dass sie noch jemanden finden. Und wie die sich beide öffnen, das ist so schön dargestellt. Und ich wollte da so viel wie möglich von sehen. Genau. Und was das Ende dann bedeutet, da kann das, das seid euch einfach selbst überlassen, guckt es euch an. Auch die letzte Szene im Film fand ich auch interessant, weil man da reindeuten kann, da sieht man nämlich eine Figur nur von hinten. Und ich finde es sehr interessant, sich zu überlegen, wie diese Figur aussehen würde, wenn man sie von vorne sehen würde. So viel sei jetzt hier mal in ganz teaserischer Art gesagt. Weißt du, von was ich spreche? Kein Blassen. Ich habe mir gerade keine Ahnung. Ich überlege gerade, was war denn da? Bei mir ist es auf jeden Fall hängen geblieben. Und ich habe auch mit Kollege Stu drüber gesprochen. Die Begrüße gehen hier raus. Das ist eben spannend wert zu überlegen, wie guckt denn die Figur dann da? Aber wir wollen es hier nicht so sehr vertiefen. Wenn du jetzt nichts mehr anzumerken hast zu unserem kleinen Stück vom Kuchen, dann hättest du schon Lust, direkt zum Fazit zu springen. Ja, für mich ist das, wie schon in der ganzen Zeit erwähnt, es ist eine wirklich, wirklich zuckersüße, schwarz-humorige Rom-Com, zumindest in meinem Blickwinkel, die auch schauspielerisch wirklich exzellent gespielt ist, gerade von der Hauptdarstellerin Lili Fahad Pour. Gott, mein, diese Namen. Das ist nichts für mich. Und auch die Regie, die bringt es auf den Punkt. Ist halt auch eine sehr nahe Geschichte und eine ganz klare Empfehlung. Also das ist ein Film, der ist jetzt nicht, wie du auch immer sehen, keine Kunstkacke oder so. Der ist wirklich schön, bringt ein paar wichtige Themen noch mit rein. Zwei, nein, vier Daumen hoch von fünf. Vier von fünf Daumen hoch, alles klar. Unser Zero mit seinen fünf Armen gibt, vier davon geben einen Daumen hoch. Ja, also ich fand auch, wie schon erwähnt, mir ging das wirklich nah. Ich habe das wirklich gespürt, ich habe mich total gefreut. Ich war wirklich drin in den Gefühlen und mir haben dann Teile der Geschichte, wie sie sich dann wendet und dreht, das wollte ich nicht. Also das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich jetzt leider sagen. Und für mich hat das auch nichts mit schwarzhumoriger Komödie zu tun, sondern es war für mich ein Slice of Life. Also ich habe das alles sehr ernst genommen. Das Genre wird ja auch beschrieben als Drama oder Komödie. Der komödischen Anteil, den fand ich jetzt nicht so wahnsinnig groß, wie du ihn vielleicht gesehen hast. Vielleicht musstest du das auch so sehen als Schutz, damit es deinem Herz nicht so erging wie meinem. Aber ich hätte mir gewünscht, dass die Geschichte ein bisschen, dass da andere Dinge passieren werden. So, aber bevor hier irgendwas rausrutscht, gibt es von mir auch eine Empfehlung für diesen Film. Geht doch auch mit einem kleinen Stück Kuchen rein oder unterstützt eure kleinen Kinos und kauft euch da ein Stück Kuchen. Das wäre die perfekte Begleitung für diesen süßen kleinen Film. Und ich hänge hier die Werbung dran. Danke, dass ihr bis zu ihr hinzugehört habt. Den Tele-Stammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt oder ihr geht auf tele-stammtisch.de. Da könnt ihr euch alle Podcasts nochmal anhören zu allen Besprechungen. Und wie gesagt, ein kleines Stück vom Kuchen kommt ab 11. Juli im Kino. Ihr findet dann auch andere Starts, die diese Woche anlaufen, die gleichzeitig mit diesem Film anlaufen, eben auch bei uns überall. Lasst doch mal einen kleinen Like oder einen Kommentar da. Und ich freue mich, wenn wir uns das bei der nächsten Besprechung wieder hören. Das letzte Wort hat Zero. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich mache es heute ganz kurz. Tschö. Dankeschön, auf Wiedersehen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.